Hallo und herzlich willkommen zurück Und ich muss sagen, ich habe ein paar Tage jetzt nicht mehr aufgenommen Muss ich wirklich sagen Weil meine Maus kaputt gegangen ist Und ja, in der Zwischenzeit habe ich was anderes aufgenommen Weil ich irgendwas machen wollte Und ja, jetzt ist meine Maus wieder zurückgekommen Und ja, für alle die es wissen wollen Ich benutze eine Revoltech, ich glaube Feitmaus Elite Die britischen Crusaders, whose guns lack the range of their german counterparts Are forced to use massed high speed charges to close within firing range A dangerous strategy that leaves much to be desired Ja, und die ist halt Kommt überhaupt nicht an die Eigenschaften der normalen Gamermäuse ran, aber Sie läuft Und sowas wie Makros und so weiter geht auch alles Also Habe ich mir gedacht, kaufe ich mir die Oh geil, ich darf Panzer fahren Super Was ich bestimmt nicht kann Egal, ich fahre Panzer Ich überfahre als erstes meine Leute Nein, nicht Äh, egal Ha Cool Okay, das ist schwieriger als ich gedacht habe Man muss ständig unten auf die Planetenzeige So wissen Wie das Läuft Und Häuser kann man nicht zerstören Also irgendeinem Dagegenpferd hat man verkackt Und Telegraphmester auch Äh Da muss ich hin Wie geil, eine Mission mit Panzern Wenn die das im Multiplayer gemacht haben Naja Ist total unmöglich Wahrscheinlich zu der Zeit Gehäbe So, wo müssen wir hin Einfach nur Gerade ausfahren Okay, auf meinen eigenen will ich jetzt nicht schießen Aber können wir Oh Können wir irgendwas noch machen Außer Selber schießen Okay Ist einer Wow Scheiß Panzer Da Bist du Komm her, komm her, komm her Oh ja Treffen muss gelernt sein Abhauen Passt doch Ist einer scheißer, scheißer Da Da Genau Oh Die schießen uns denn ab Naja Die schießen uns ab Von welcher Seite schießen uns ab? Da ist auf jeden Fall einer Da Der schießt uns ab Und Scheiße Ich bin so gut wie tot Und Er ist zuerst Scheiße Ja Vielleicht sollte ich doch lieber ein bisschen mehr Umherfahren Und erstmal den Hinter mir platt machen Hey Hey Geht doch Scheiße Äh Da Wow Sniperpanzer Okay Okay Der Traum nicht Wow Das war knapp Äh Ich bin zu Lubisch Ups Oh Yeah Und jetzt weg 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 Oder genau Drauf zu Oh das ist unser Ähm Scheiße Ich glaub wir sind am Arsch Ah wir müssen doch Da oben 2 Wo ist der andere? Ach da steht er Scheiße Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Gut So Ja schön Alle kaputt Außer einer von uns Und überall sieht man nur kaputte Panzers Panzer Panzers Das war's? Ja okay Dann machen wir nächste Mission weiter Bis zum nächsten Mal Weg hier 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 Vielen Dank.